Hm, hier wohnt auch der Baum. Eigentlich schon, aber was? Irgendwas ganz simples. Macht ihr kein Mühe mit mir. Hi du, hallo, hallo. Das war der Dungeon-Ausgang. Okay. Jetzt weiß ich immerhin, wo ich bin. Weil ich trotzdem nicht, wo ich hin will. Hier rechts war die Mine. Okay, das heißt, ich muss von hier runter und dann nach rechts. Ich weiß auch, wo dein Haus wohnt, schuld. Weiß ich wohl, bei dir zuhause. All ins Haus, war das schon immer kaputt? Kenn ich das hier, war ich hier schon? Nö, ne? Die Treppe kommt mir neu vor. Magiska. Magiska? Ich glaube, ich bin hier irgendwo, wo ich noch niemals war. Hey, war denn da oben? Da war doch sie an. Und das bringt mir rein gar nichts. Suppi. Irre. Hallo, was haben wir denn da? Das wäre ein tolles Geheimnis. Warten wir mal hin. Irps. Need more irps. Ist wohl auch nichts. Wie bin ich auf YouTube gekommen? YouTube hat man doch eigentlich schon länger gekannt. Höhle neben der Mine. Sagt er mir jetzt, wo ich von der Mine weg bin. Ach, du Held. Also ich weiß auch noch eine Zeit, als es noch kein YouTube gab. So ist es nicht. Und ich war bestimmt schon zwei, drei Jahre oder noch länger auf YouTube unterwegs, ohne dass ich mich registriert hätte. Weil, pff, war nicht nötig. Warum? Ich habe nur Videos geguckt. Und das auch nur random. Von abonnieren wusste man nichts. Und man hat vielleicht bestenfalls mal ein paar Favoriten irgendwie im Browser gehabt. Und das war's. Warum habe ich mich schlussendlich registriert? Ich weiß es gar nicht. Ich kann es nimmer sagen, halt, warum das war. Weiß ich echt noch nicht. War ich hier schon hoch? Nö, ne? Höhle neben der Mine. Das war doch hier. Nö, ich kann schwimmen. Ach, toll. Ich komme nur hier jetzt nicht mehr raus. Das war clever. Oh. Da wäre ich wohl so hingekommen. Okay. Ich spiele es noch einmal, Johnny. Och, Kinder. Das bringt mich jetzt nicht bis ans Meer, ha? Das war vielleicht dumm im Nachhinein. Hey, ein Strudel. Ist der gut? Sehr schlecht? Probieren wir es aus. Es strudelt mich. Und es ist die Zelda. Ui, das ist ein großer Strudel. Die Zelda-Sorte von Strudel. Strudel dich auf der einen Seite rein, auf der anderen wieder raus. Hier ist nix. Gehe ich mal in den großen Strudel. Hey, der... Löff mich hier rum. Verstehe. Und was heißt, wie bin ich auf YouTube gekommen, wie gesagt? Es ist heute doch eigentlich immer noch so, dass die einzige wirkliche Videoseite für nicht-Live-Videos YouTube ist. Wo will man sonst hin? Geht irgendjemand ernsthaft auf... My-Video oder so eine Kacke. Das sind Dinge, wo die Macher das gerne hätten, dass das passiert. Aber das passiert dann. Das passiert dann. Niemand geht freiwillig auf My-Video. So, was passiert mal aus Versehen, oder? Weil ein Video, das auf YouTube gesperrt wurde, daraus gerehostet wurde oder so ein Scheiß. Ach, schon wieder die Nummer, wie kam ich auf die Idee, LPs zu machen? Habe ich auch schon so öfter erklärt. Aber ist okay. Von mir aus machen wir noch eine kleine Fragerunde. Aber zuerst gehe ich mal aufs Klo. Und dann... machen wir weiter, Moment. Wird anscheinend wieder die Fragerunde. 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 Jetzt sein wirst du malnilyen Tag. Dann kann ich ihn, damit rutscheinend wieder die Fragerunde Cox. Das war's ganz schön. Wovelopkinklling hat dich jetzt. Boer und fort tornar, dolor ja von Tor Katyels zu machen. Man, ich finde dich weist drei Thief tocke, undонаpeut Knowledge. Ein Salesforce und März hat sich eine solche Angehöfe. Ah, so. So. Mahlzeit. Vampir hat gerade wieder einen 10-Stunden-Steam bestellt. Also, haltet euch schon mal den entweder 27. oder 28. steht noch nicht fest, frei. Da fangen wir wahrscheinlich wieder... Also beim letzten haben wir mittags gegen ein oder so angefangen. Drei rum. Keine Ahnung. Und haben dann so bis insgesamt, ich glaube, zwei oder drei nachts gemacht oder so. Entweder der 27. oder der 28. Ich weiß noch nicht. Eins von beiden. Hängt davon ab, wie mir die Tage so ergehen und so. Ich belasse mir allerdings die Option, dass ich es doch absage, weil... Wisst ihr, ich habe Urlaub. Und wenn ich Urlaub habe, dann passieren leider immer schlimme Dinge. Immer. Ich weiß nicht, ob ich in den letzten drei Jahren schon mal länger als, sagen wir mal, zwei Tage oder sowas Urlaub hatte, ohne dass irgendein richtig abartiger Scheiß passiert ist dabei. Und da rede ich von Haustieren, die ich seit 14 Jahren habe einschläfern lassen müssen oder wegen Großeltern plötzlich spontan mit Krebs diagnostiziert und plötzlich im Krankenhaus und so ein Scheiß. Also das ist die Art von Scheiße, die ich meine. Immer wenn irgendjemand Murphy oder sowas sieht... Oh, er hat mal wieder Urlaub. Dann geht es anscheinend direkt los. Dann muss man da direkt was dran ändern, dass ich die schöne Zeit habe. Fragerunde gibt es übrigens gleich. Erst Essen. Und Essen ist gleich fertig. Wie man unschwer hört. Ähm... Aua? Ne, zum Glück nicht. I can do the water thing now. So, hier könnte ich raus und ich nehme mal an, hier spült es mich dann raus. Das würde ich wohl noch nicht. Boah, wieder den ganzen Tag stömen und Scheiß machen. Muss ich mir schon überlegen, was ich mache. Aber auf der anderen Seite mache ich eh nichts. Es ist eh alles immer ungeplant, was ich mache. So wie üblich. Yay! Dankeschön. Nein, Darkseus ist noch nicht durch. Noch nicht mal in meinem Godmode Spielstand ist es durch. Weil ich nicht weiß, wo ich hingehen muss. Mir fehlt wohl noch eine dieser... Also einer der großen Pflichtbosse, die man machen muss, um das Spiel überhaupt... Also die Endboss-Tür am Ende aufmachen zu können und... Ja. Ich weiß halt nicht, welcher Boss das ist, wenn der da noch fehlt. Amelette Crest habe ich nicht. Mimik! Horror-Mimik. Und ja, es ist halt blöd, ne? Wenn man nicht weiß, wo man hin muss. Da hilft einem auch Level 99 in Godmode und so'n Scheiß nix. Tja, das war wohl nix mit hierher. Wohl erst mit Emerald Crest. Böse Fische. Hier komme ich doch nicht raus. Hier ist so'n... So'n Outdoor-Rest-Ding. Toll, mit dem kann ich jetzt eh nix anfangen. Soviel Schleim. Gluck, 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 gluck. Dann erlaube ich mir doch mal einen Self-State, bevor ich hier ins Wasser spreng, weil ich versuchen will, diese linke Kiste zu erreichen. So. Tja, das war schon mal grad gar nix. Tja, das auch nix. Sieht wohl net danach aus, als dass man die von hier erreichen könnte. Nö, dann mach ich mich jetzt auch net irre damit. Oh. Schade, da ich schon fast voll war. War ich hier oben schon? Kommt mir im Moment nicht bekannt vor, ne? Hi, Kaffee. Hm, Ruby Crest, aber das hab' ich doch. Da. Ach so, da gehören die Dinger hin. Super. Die Teile muss man auch noch irgendwo abliefern. Denn es reicht net, wenn man sie alle hat. Ah, Hammer. Alundra spielt mit grad Kaffee. Sprich doch mit mir. Ich bin doch ein ganz sozialer Mensch. Manchmal. Je nachdem. Okay, also hier vier, da drüben zwei und dann noch einer dort eben in dem anderen Raum, wo ich war. Dort kommen die Teile alle hin. Ich hab' erst eins, ne? Echt erst eins. Naja, und das hab' ich jetzt auch noch mehr dabei. Tschö. Das war wohl nix mit hier hingehen, würd' ich mal sagen. Holt doch eher die Stadt. Okay, so. Ja, wir essen jetzt mal. So, ich bin in der Stadt. Also normal speichern kann ich, denke ich, noch. Wo war der Schmied denn? Bei dem ich toll schlafen kann. Wollte schon grad sagen, brennt das Haus hier? Ne, der war ein Stück weiter rechts. Hier, das war doch sein Haus. Also jetzt quasi mein Haus. Dann ess ich mal was und dann machen wir noch ein bisschen weiter. Ach, komm schon. Und... Das geht so schnell manchmal. Tja. Okay, äh... Nein, 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 nein. Ich wollte nur Pause... Ich wollte nur Pause drücken. So, gut, alles klar. Dann bis... Äh... Gleich. Ich mach streamen auch so lang. Ist schön in Ruhe. Dort nicht lang. Bis gleich.